Hallo, guten Morgen, heute ist Samstag, Wochenende, jawohl, ja, so steht es geschrieben, so wird es geschehen, aha, und wir haben im Moment keine Reden, das ist immer ganz was Neues, ja, aber man weiß es nicht, der kann ja heute noch kommen, ne, aber wer auf jeden Fall heute noch kommt, das ist mein Finnelein, mein Finnelein kommt mich persönlich, ja, so ist das, und dann kann ich ganz viel mit dem, wie das spiele, verstehe ich, obwohl der ist nicht so spielsüchtig, wie ich, ich spiele lieber, ja, und damit der Finnelein nicht vom Hulk umgefressen wird, weil, weil, ähm, Finnelein, der Mamini hat ja Angst, dass der Hulk der Finnelein fressen wird, das macht er zwar nicht, aber sie hat halt eben Angst, haben wir ein ganz hohes Haun jetzt gemacht, dass der Finnelein kommen kann, oder dass ein Fraule Angst hat, jawohl, so ist das, also wird ein wunderschönes Wochenende, aha, ja, und, und was haben hier so Berichte, gibt's bei euch auch ein wunderschönes Wochenende, habt ihr auch eventuell Besuch, ne, könnt ihr mir ja auch mal verraten, so Freunde, Also, es grüßt euch, euer hübscher, kleiner, mein Fraulein, sie sagt gerade eben, du hast ja Bäuchlein, quatsch, nicht, dass alles fällt, jawohl, so ist das, also, es grüßt euch, euer kleiner, süßer Moki mit die weiße Socke, Såcke, ich weiß, das will ich jetzt auch mal